Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Sirius und heute werde ich euch eine Maus vorstellen und zwar von TT Esports. Das ist die Firma Thermaltake, die kennt ihr vielleicht bisher von PC-Gehäusen, die haben jetzt eine eigene Linie rausgemacht mit TT Esports, wo sie eben Tastaturen, Mäuse, Kopfhörer und so weiter rausbringen und wir schauen uns ganz einfach hier einmal die Black Element Gaming Maus an. Ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Video. Das gesamte Video wird produziert für Game Insight, falls ihr euch gerade wegen dem Logo gewundert haben sollt. Hier steht es nochmal ganz schön, TT Esports bei Thermaltake. Thermaltake hat ja früher also Gehäuse, Kühlung, Netzteile gemacht und dann hat man so ungefähr 2006 angefangen auch Esport Teams zu gründen und mittlerweile ist man hier mit der Black Element Gaming Maus auch einfach komplett in den Esport Sektor mit seiner Hardware eingestiegen. 2008 sponserte man dann auch erstmals ein eigenes Thermaltake Esport Werksteam und mittlerweile geht es da immer mehr zur Sache, immer mehr Produkte kommen raus. Letztes Jahr auf Gamescom war man schon vertreten und wir wollen uns einfach mal angucken, wie diese spezielle Esport Maus sich so spielt und verhalten wird. Die Black Element Combat White kommt mit so ein paar Special Features daher. Die hat zum Beispiel 128 KB on Board. Ja, das hört sich jetzt nicht sonderlich viel an. Das reicht aber absolut, um seine Makros und Einstellungen in der Maus zu speichern. Das bedeutet, ihr könnt das Teil konfigurieren und dann eben mit zur nächsten LAN nehmen an einen anderen Rechner anklemmen und so. Und die Maus weiß einfach immer, was los ist. Wollen wir mal gucken, was hier noch so draufsteht. Abseits von Japanisch. Spezielle Maus für MMORPG oder RTS-Spiele. Kraftvoller 6500 DPI Laser für fast alle Oberflächen. Abtastung on the fly. Einstellbar von 100 bis 6500 DPI. Also wenn ihr mit 6500 DPI spielt, dann Hut ab. So schnell bin ich nicht. Steht es nochmal drauf. Thermaltake. So, ich würde sagen, genug Karton angeschaut. Wollen wir lieber mal gucken, was so drin ist. Ja, Realtime-Strategie ist dann so das Hauptaugenmerk der Maus, möchte ich jetzt mal sagen. Für mich ist es aber immer ganz einfach wichtig, dass sich die DPI-Zahl gut und schnell regeln lässt. Ganz einfach, weil ich bin nicht so ein Typ, der ständig die Maus wechselt, je nach Einsatzfeld. Sondern wenn ich eine Maus beim Zocken benutze, dann bearbeite ich eigentlich normalerweise auch mit der gleichen Maus meine Videos, steuere damit meine Grafikprogramme und so weiter und so fort. Und da ist ja eine zu hektische Maus meistens eher hinderlich. Und deshalb wird es auch hier interessant sein, wie sich das Ganze einstellen lässt. So, bei einer Maus gibt es standardmäßig eigentlich nicht so viel zum Auspacken. Da ist das gute Stück auf jeden Fall schon mal ganz wichtig bei einer Maus, finde ich eigentlich auch immer die Haptik. Also ist das jetzt vielleicht so ein glatt lackiertes Teil, was sich so schwitzig im Sommer in der Hand anfühlt. Und hier die Black Element Maus ist so leicht gummiert, möchte ich das mal beschreiben. Das fühlt sich auf den ersten Händedruck richtig gut an. Und das ist eben die Combat White Edition. Das sieht man natürlich hier ganz schön an den weißen Seiten und an der weißen Linie oben drauf. Ist eine relativ lange, relativ große Maus, würde ich sagen. Da können wir noch mal ganz schön ein paar Close-Up sehen. An der Seite sind so drei Tasten noch mal für den Daumen erreichbar. Hier oben das Mausrad ist so strukturiert. Ja, das rastet auch hier auch auf den ersten Eindruck sehr schön ein. Hier sind diese DPI-On-the-Fly-Tasten. Das bedeutet, ihr könnt halt während ihr die Maus benutzt, ohne in ein Menü zu gehen, ganz einfach die DPI-Zahl und somit quasi die Geschwindigkeit eurer Maus umschalten. Ja, legen wir die Maus erstmal beiseite und gucken wir uns mal an, was noch so im Paket mit drin war. Das ist das neue Logo von TT eSports. Das Thermaltake-Logo sah ja leicht anders aus. Das war, glaube ich, nur ein doppeltes T, wenn mich nicht alles täuscht. Da könnt ihr mich gerne mal in den Kommentaren korrigieren, wenn ihr das möchtet, obwohl ich hier wirklich selber ein Thermaltake-Gehäuse stehen habe. Challenge is the Game ist der Slogan auf jeden Fall von TT eSports. Das ist mir schon mehrmals jetzt aufgefallen. Dabei sind, ja, okay, das brauchen wir jetzt hier erstmal nicht mehr. Dabei sind Aufkleber. Ich muss gestehen, ich selber habe im Gaming-Bereich noch nirgendwo einen Aufkleber draufgeklebt. Aber ich wurde wirklich schon mal von anderen Usern oder Zuschauern gefragt. Mensch, kannst du mir mal die Aufkleber schicken, wenn du die nicht benutzt? Und ja, okay, das war noch die Garantie. Dann haben wir hier eine Bedienungsanleitung. Würde ich einmal mutmaßen für Mädchen. Aber was soll's? Hier sehen wir schon mal die beleuchteten Teile. Da können wir mal einen Blick reinwerfen, wenn wir wollen. Und schauen, ob da auch eine Bedienungsanleitung in Deutsch drin ist. Ja, direkt die erste Seite ist in Deutsch. Vorbildlich und herzlichen Glückwunsch zum Kauf ihrer Black Element steht hier als erstes. Ja, also eine Maus anschließen, Leute, ist kein großes Ding. Also das Ding installiert sich ja quasi von alleine, sobald ihr den USB-Stecker in euren PC steckt. So, und dann gibt es aber hier noch ein zusätzliches Programm, mit dem sich dann die Maus in allen Feinheiten und Einzelheiten dann sicherlich einstellen lassen wird. Das hier ist eine Besonderheit, muss ich sagen. Hier ist eine kleine Tasche dabei. Offensichtlich für die Maus und ein bisschen Equipment habe ich bisher so auch noch nie gesehen, muss ich sagen. Also das ist im Moment so die fünfte, sechste Maus, die ich in den letzten ein, zwei Jahren so im Einsatz habe. Und dass eine Tasche mit dabei war, zeigt eigentlich nochmal so diesen E-Sport-Anspruch. Und warum? Logo, weil man als E-Sportler auch mal auf eine LAN fährt und dann seine Maus mitnehmen möchte. Irgendwie ein nettes Feature, das halt da eine Tasche bei ist. So, an der Unterseite der Maus sehen wir noch ein zusätzliches Feature. Und zwar sind hier sogenannte Tuning-Gewichte verbaut. Also wer sich ein bisschen mit Mäusen auskennt, hat sowas sicherlich schon mal gesehen. Also wir können hier wahlweise 5 mal 4,5 Gramm zusätzlich positionieren und uns eben so eine sehr leichte, eine mittelschwere oder eine ganz schwere Maus machen. Ich bin jetzt so ein Typ, also ich persönlich bevorzuge eigentlich die schwere Variante. Und deshalb habe ich hier auch beim Test, beim Spielen und beim Ausprobieren generell immer alle Gewichte verbaut gelassen. Ja, und zu einer guten Maus gehört natürlich eigentlich standardmäßig auch ein gutes Mauspad. Also ich weiß Leute, es gibt auch immer Leute, die zocken damit einfach so auf dem Schreibtisch. Ich persönlich halte da nicht so viel von und mir ist immer einfach ein gutes Mauspad, auch ein bisschen was wert, muss ich jetzt sagen. Ich habe jetzt schon in der letzten Zeit auch unterschiedliche ausprobiert. Das hier ist das Titi E-Sport Pyros. Ja, und das ist ein sehr, sehr großes Mauspad. Das wird hier in mehreren Varianten, in dreierlei Größen angeboten. Hier können wir sehen, ich habe die größte in 44 mal 35 Zentimeter. Also das ist wirklich schon ein riesiges Teil. Es gibt das aber auch in 36 mal 30 und in 28 mal 21. Also für dieses extrem große Pad hier braucht ihr schon ein bisschen Platz. Und das ist natürlich einfach so ein bisschen genreabhängig, was ihr damit machen wollt oder wie ihr damit spielen wollt. Ja, Titi E-Sport wirbt hiermit, dass dieses Mauspad eben die perfekte Unterlage sei für alle optischen und alle Lasermäuse. So, das ist ein relativ dünnes Mauspad, hat so ungefähr, ja, ich würde mal sagen 2 Millimeter in etwa. Wie gesagt, ist die große Variante und ist auch nochmal bedruckt hier mit den Logos und dem entsprechenden Schriftzug. Ist eine reibungsarme Oberfläche, würde ich mal sagen, fühlt sich sehr glatt an. Und die Unterseite ist ganz einfach so gummiert, dass sich das Teil auf dem Tisch nicht bewegen kann. Und so sieht das Ganze in Kombination aus. So, ich habe das Ganze jetzt mittlerweile natürlich schon ein paar Tage getestet. Und ich muss sagen, wenn dieses riesen Mauspad einmal liegt, dann verschiebt sich das auch wirklich nicht mehr. Also ich habe zunächst gedacht, ey, das ist mir zu groß. Aber mittlerweile finde ich das doch sehr komfortabel. Und mal schauen, ob ich nicht auch wirklich bei dem großen Mauspad bleibe. Wenn wir die Maus anschließen, sehen wir das nächste Highlight. Und zwar, das gute Stück ist nämlich an mehreren Stellen beleuchtet. Und das kommt im Dunklen natürlich doppelt gut rüber. Und deshalb habe ich hier ganz einfach nochmal das Licht gedimmt. Also diese Seitenteile sind beleuchtet, das Logo von TT Esports unten ist beleuchtet und blinkt. Und auch das Mausrad ist beleuchtet. Also insgesamt muss ich sagen, gerade wenn es dunkel ist, ist das Teil wirklich optisch schon mal allererste Sahne. So, dann würde ich vorschlagen, werfen wir nochmal gemeinsam einen Blick eben auf die beigelegte Software. Also habt ihr ja bereits im Unboxing gesehen, die CD ist mit dabei. Also einfach nur einen Rechner schieben, kurz installieren. Und schon könnt ihr auf die volle Funktionsvielfalt der Maus zugreifen. Hier könnt ihr oben sehen, sind unterschiedliche Reiter einfach angelegt, wo ihr verschiedene Settings speichern könnt. Es gibt hier den Hilfe-Button, der ist sehr ausführlich. Ihr könnt hier sofort zur Webseite gelangen, aber euch eben auch über den Hilfe-Button hier diese ganzen einzelnen Funktionen erklären lassen, auf welche Taste ihr was legt. Interessant dabei sind sicherlich die Makro-Tasten, die ihr auch über das Dropdown-Menü auswählen könnt. Dort könnt ihr natürlich wieder Aufnahme wählen, wie bei jeder anderen Maus im Grunde genommen auch. Und dort eure spezifischen Tastenkombinationen eingeben. Die Verzögerung wird automatisch mitgespeichert. Man kann aber auch Änderungen auf Wunsch per Hand vornehmen. Ja, was haben wir noch? Hier gibt es natürlich die Einstellung zum DPI-Bereich. Soll ich das mal hochklicken? Dann werden wir mal sehen, wie die Maus hier rasend schnell wird. Doppelklick-Anzeige und sowas ist natürlich alles möglich. Und wie gesagt, das Schöne ist auch, dass ihr diesen Wert hier... Um Blick, ich muss das noch bestätigen. Ja, dann müsste es schnell werden. Ja. Jetzt ist die Maus auf Speed sozusagen. Also immer noch Respekt und Hut ab vor Leuten, die mit 6500 DPI in der Geschwindigkeit spielen können. Ja, das Schöne ist halt, wie gesagt, ihr könnt halt im Spiel wahlweise umschalten. Zum Beispiel, ob ihr jetzt eine Pistol in der Hand habt oder ein Snipe-Gewehr und DPI rauf und runter drehen. Und damit die Geschwindigkeit der Maus eben on the fly im Spiel ohne Menü aufzurufen eben umschalten. Was ich für eine super Funktion halte. So, hier sehen wir noch ein Feature. Das habe ich euch noch gar nicht an der Maus selber gezeigt. Wir können nämlich die Beleuchtung innerhalb der Maus ändern und dafür stehen uns eben dreierlei Farben zur Verfügung. Und wir können wahlweise auch zum Beispiel entscheiden, ob das Scrollrad mit beleuchtet sein soll oder nicht. Ja, dann schauen wir uns last but not least nochmal die Maus im Betrieb an. Man kann sehen, das Kabel habe ich im Moment einfach noch nach vorne zum Rechner durchgeführt. Während den Aufnahmen, das ist ungefähr 1,8 Meter lang. Also eine ausreichende Länge, um das hinten rum um den Schreibtisch zum PC zu führen. So, hier an der Unterseite könnt ihr nochmal sehen, da gibt es einen Button. Mit dem könnt ihr direkt die Farben wechseln. Ja, also ihr müsst das nicht zwingend über das Setup-Menü machen. Ihr könnt auch einfach hier den Button drücken und hier ja das Ganze fröhlich zum Leuchten bringen sozusagen. Die Maus ist relativ symmetrisch gehalten. Ist natürlich dann doch grundsätzlich eher für einen Rechtshänder ausgelegt. Das liegt an den zusätzlichen Tasten, an diesen drei Tasten, die wir hier auf der linken Seite haben. Die dann eben mit dem rechten Daumen zu bedienen sind. Die sind für meinen Geschmack ein ganz klein bisschen zu klein geraten. Die könnten ein bisschen griffiger sein. Also, ja, ich denke einfach, da wird man eine Zeit lang brauchen, um ordentlich mit den kleinen Tasten zurecht zu kommen. Für meine Hand könnten die auch ein ganz klein bisschen weiter vorne sein, muss ich sagen. Also, die DPI-Tasten, die funktionieren prima. Da komme ich auch gut dran. Da gibt es eigentlich nichts zu meckern. Und wie gesagt, so von der Optik ist das Teil auch ziemlich stimmig. Auch hier, dass das oben drauf so ein ganz klein bisschen konkav, konvex hin und her gewölbt ist. Ja, dadurch liegen die Finger richtig gut in der Hand. Und man sieht, die Maus ist sehr lang. Ja, meine komplette Hand passt so da drüber. Jetzt ist natürlich von jedem die Hand unterschiedlich. Also, ich finde es immer relativ schwer, so eine Passform anzugeben. Für mich könnte die Maus an der rechten Seite ein ganz klein bisschen breiter sein, damit auch der kleine Finger mehr Auflage hat. Das ist vielleicht jetzt, weil ich eine sehr extrem auf Rechtshände ausgelegte Maus gewöhnt bin. Aber ansonsten, so, auf den ersten Blick, jetzt eine Woche mitgespielt und dann auch nochmal den Preis mit berücksichtigen. Die TT Esports Black Element Maus in Combat Wide kostet ungefähr 55 Euro. Und dafür bekommen wir eine wirklich sehr hochwertige und eine sehr gut funktionierende Maus in mehreren Einsatzbereichen. Ja, also grundsätzlich kann man mit dem Teil auch wunderbar Shooter spielen. Aber wie gesagt, mit runtergedrehter DPI-Zahl lässt sich da eben auch euer Videoschnittprogramm ordentlich mit bedienen. Ja, positive Aspekte bei der Maus sind auf jeden Fall die Verarbeitung. Also, hier rappelt nichts, hier klappert nichts. Man hat von vornherein das Gefühl, hier eine ordentliche, hochwertige und sauber solide verarbeitete Maus in der Hand zu haben. Das Klickgefühl und auch das Gleitgefühl finde ich sehr ordentlich. Auch der Halt der Maus mit diesen gummierten Seiten ist absolut top geraten und auch die Software funktioniert. 1A Einstellungsmöglichkeiten gibt es in Mass. Und so wäre vielleicht nur negativ zu erwähnen, dass die Daumentasten nicht ganz optimal angebracht sind. So, das war's mit meinem Unboxing-Video für Game Insight zur TT Esports Black Element Combat White Gaming Maus. Ich hoffe, es hat euch ein ganz klein bisschen gefallen, ein paar Informationen gebracht. Ich sag danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und haut rein! Bis zum nächsten Mal und haut rein!